Die Lake digitiert so mega lake. Gut, ich geb's auf mit Pokémon Center zu buchen. Ich baue mir jetzt selber eins. Gute Idee! Das ist so, da muss eine Tasche nach hinten, diese Reihe. Nein, 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 nein! Doch, 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 guck doch mal auf die Karte! Nein, 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 nein! Guck doch mal auf die Karte, genau, guck mal auf die Karte, bitte. Ja, ich guck auf die Karte. Wenn du den Mondberg von innen siehst, ja, sind da noch solche schönen Dinger hier drin, die zwei hoch sind. Warte, das muss ich jetzt mal rumwechseln in den Mondberg. Deswegen hab ich den so hochgesetzt. Ja, jetzt, jetzt, jetzt. Es hat seine Daraitsberechtigung. Hat es das? Ja. Oh, jetzt. Will ich vielleicht jemand helfen? Nein. Wobei? Irgendwas ausbauen, weil ich da noch etwas ranbauen muss am Tag. Ah, willst du jetzt gerade deinen, dein, 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 dein... Meins, genau. Meins? Ach, dann mal. Ach, dann mal. Ach, dann mal. An welchem Plan gehst du jetzt? Nach Rot, Blau, Gelb, Gold, Silber oder das K-Dingsbummeln-Star, Kristall? Nach der Französischen, der BGE, HG oder SS? Französischen, das ist Feuer, Rot, Blatt, Grün, Hard, Gold, Soul, Silver, Kristall, Silber, Gold, Gelb, Blau, Rot. Ja, die erste hatte ich ja gesteckt. Nur ab Frankreich, da... Ja, nur mit dem Möpp, was mir angeteckt wird. Da gab es ein paar Probleme. Von innen, von innen gehe ich jetzt nach der FRBG. Also nach der französischen... Nach der RBG? Nach der französischen. Ja, nach der französischen Version, ja, 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 du mich auch. Und deswegen brauche ich da drin ein wenig Platz. Mhm. Und deswegen ist es hier so hoch. Mhm. Aber das ist für dich zu hoch, ne? Ja. Geistig und mental und körperlich und überhaupt. Mathematik ist für mich zu hoch. Aber du hast doch einen Lieblingsartikel, wie soll das gehen? Du musst doch mathematisch top drauf sein, du. Bin ich ja auch, nur grafisch bin ich und zächerisch bin ich, ist es mir zu hoch. Lame. Mino glatte. Bis einer weint. Genau, bis einer weint. Und der erste, das wird zuerst Mammut sein. Ich glaube nicht. Doch, weil keiner an sich weint, darum wirst du zuerst weinen. Bauschlampe, magst du mir helfen? Nein. Nein. Bin gerade fertig. Siehste, siehste, Kackbohnen. Die Bauschlampe wird eh nur auf dem Mammut. Was ich auch sehr bemerkenswert finde. Nicht nur. Aber Bauschlampe, die ist wenigstens und man denkt mit, ne? Selten in den Tagen. Wenigstens einer wäre mal. Da sind die Schildkunst oben. Kannst du mal gucken, ob das so von der Größe reicht? Oder Mammut? Wenn du reingeschäftigt bist. Soll er reingehen? Ich gehe generell nicht in dunkle Höhlen. Du sollst in der Höhle dein Geschäft machen. Ja, ist okay. Schäfte machen, äh, ja, in Höhlen, genau. Du bist mir einer. Ja. Stell dir vor, er wäre zwei. Boah, darf ich mich umbringen? Kann ich verstehen. Ich habe es geschafft. Errunglicher freigeschalten. Du, plopp. Ob das ja alles kommentieren muss, was er macht, von wegen Errunglicher freigeschalten, plopp. Ja. Du bist, du bin ich halt. Das hatten wir, hatten wir das in die letzte Aufnahme-Session geklärt, dass das nur Mammut darf, mit reden, was er gerade macht und noch einen Block und noch einen Block. Das ist mir sowas von Latte, ob er das da oder nicht. Das merke ich mir. Das merke ich mir. Mir auch. Seid ihr in Spielen mehr so der Typ, der die Errungenschaften versucht, alle freizuschalten? Oh nein. Das kommt auch Spiel drauf an. Das kommt auch Spiel drauf an. WoW definitiv. Ja, WoW definitiv. Nur bei Puddel 2 hatte ich das bis jetzt. Also ich finde, das kommt wirklich aufs Spiel drauf an, wie Mammut schon sagte, weil das eine Spiel, das macht Spaß vielleicht die Story durchzuspielen, aber die Errungenschaften sind so hirnrissig und so dumm, dass man da keinen Bock drauf hat, weil das Spiel irgendwie am Ende dann hinterher noch langweilig wurde oder so. Von der Story her, keine Ahnung. Und bei WoW ist es halt so, da bist du irgendwie dahinterher, weil du irgendwie immer einen Anreiz brauchst. Und dann gibt es halt auch Spiele, da siehst du halt aufgrund dieser Errungenschaften freischalten halt auch noch Orte, die du jetzt so beim normalen Durchspielen halt niemals siehst. Ja. Also bei WoW ist es wirklich so, da mache ich das, weil ich irgendwie, sobald der Content durchgerockt ist, noch bei Stange gehalten werden will. Ja, mit das extra eigentlich. Aber jetzt hier so ein Spiel wie Minecraft würde ich nicht unbedingt versuchen wollen, die ganzen Achievements freizuschalten. Ich meine, das sind ja generell nicht so viele, aber da werden auch nicht so viele hinzukommen, aber sonst wenn, dann bin ich nicht unbedingt willig dahinter, das alles. Und die sind auch nicht wirklich knifflig, weil wenn ich einen Erfolg jetzt haben will oder freispielen will, dann sollte der ja auch schon ein bisschen knifflig sein, weil dann kannst du wirklich sagen, boah, geil. Ja. Hast du so deine persönliche Bestätigung, dass du es geschafft hast und sowas. Schlachter das Thema doch richtig aus. Warum? Ey, noch zwei Stunden lange wird brei. Genau. Der Nächste bitte, ähm, was dazu sagen. Danke. Machst du gut. Wie gesagt, ich hatte das besetzt noch mal Pottle 2, wo ich auf dieser Hetzjagd war, da wirklich den Erfolg zu machen, aber auch nur weil Pottle 2 mein Lieblingsspieler, wenn ich das wirklich so 100%, wirklich absolut 100% durchhaben möchte. Daher gehören mir die Erfolge dann mit dazu. Aber bei anderen Spielen ist mir das eigentlich total latte, da hab ich nur auf das Spielerlebnis, wenn es mir Spaß macht, spielisches, nimmst mir das auf. Und was waren dann so Erfolge, die ihr am meisten, oder wo ihr am meisten Zeit mit reingesteckt habt und so? Der schlimmste Erfolg von Pottle 2 war immer noch der, in der Multiplayer-Kampagne, wo ich jemanden suchen musste und mit ihm nochmal diesen Trainings, diesen Crashkurs da durchmachen musste. Das war scheiße schwer zu machen. Weil ich da erstmal jemanden finden musste, der das noch nicht gespielt hat. Also Mammut wird mir sicherlich zustimmen als pensionierter Pansionierter. Pansionierter. Hallo, ich spiele immer noch WoW. Ich weiß. Aber du wirst mir sicherlich zustimmen, wenn ich sage, dass generell die ganzen Raid-Erfolge echt extrem knifflig sind. Bis auf einige. Ja, aber viele sind da wirklich knifflig. Vor allem, wenn jetzt gerade der Content neu raus ist. Dann ja, aber wenn du jetzt hier so hinterhergehst nach einem alten Raid jetzt mit höherem Level oder sowas, dann sind die meisten halt kein Ding. Und für andere wiederum, da ist halt aufgrund des höheren Levels wiederum schwer zu erreichen. Ja, und bei mir war das wirklich so, ich weiß nicht mehr, was das genau für ein Erfolg war. Ich glaube, das war, den habe ich ein Jahr lang machen müssen. Wie hieß das denn nochmal? Wo du den violetten Protodrachen bekommst. Eine lange, seltsame Reise, glaube ich, hieß der Erfolg. Ja, damit du jedes WoW-Feiertagfest da mitgemacht hast. Ja, jedes Feiertagsfest, jeden Erfolg aus den Feiertagen rausholen. Ich habe es immer noch nicht. Und das habe ich ein Jahr, ein verdammtes Jahr lang, habe ich für diesen Erfolg gebraucht und kriegte so einen schwulen, violetten Protodrachen dann dafür. Ja. Und das war so der Erfolg, wo ich am längsten und auch am meisten geflucht habe eigentlich. Weil ich jedes verdammte Event mitnehmen musste. Für mich sind am schlimmsten im WoW die PvP-Erfolge, weil ich halt kein PvP-Spieler bin. Ah ja, Tito. Tito. Also das sind so die Erfolge, wo ich ja so dachte, oh, Gott sei Dank, beziehungsweise ach du Scheiße. Mhm. Ich weiß nicht, wie ist das denn bei euch noch so? Bei mir war das in Final Fantasy das Problem ein Monster. Wie ist Final Fantasy? Online. Das erste, was online kam. Ah, okay. Das ist, was alle hassen. Genau. Die meisten WoW-Spieler hassen. Ähm. Ich sag jetzt nichts. Ich... Ja, wie gesagt, da war ein Erfolg. Da musste ich zwei oder sechs, drei Stunden lang an einem Ort campen da hier, nur damit ich ein Boss-Monster glatt machen konnte. Oh Gott. Oh ja, so Camping-Erfolge sind auch immer scheiße. Der Zeit verlorene Protodrache. Oh, hör mir auf, ich bin bis heute nicht und ich campige auch hinterher. Und dann, ne, wir waren einmal auf dem Weg nach Ulduar. Dann kommt da so ein Typ hinterher geflogen und dann so, ups, wo fliegt ihr denn alle drin vorbei? Ach komm, den nehm ich jetzt mal mit. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Ja, wirklich. Alter, da tut mir leid. Das ist ja echt Arsche hier. Mhm. Was? Aber beim Zeit verlorenen Protodrachen fand ich das auch, äh, wirklich so... Alter Schwede. Blizzard, willst du mich verarschen? Der teilt die Spawn-Rate mit drei Rare-Mobs. Und, äh, du musst jeweils fünf Stunden mindestens warten, bis einer von denen mal spawnt. Und, äh, boah, das war so ätzend. Mhm. Das Camping war so ätzend. Irgendwann hab ich's dann aufgegeben, dann wieder angefangen und irgendwann... Nein, das ist aber noch nichts mehr gebracht. Doch. Wie denn auch? Ein, ein Geldmitglied hat das tatsächlich mal in seinem Urlaub geschafft, da muss er da zweieinhalb Tage durchcampen. Ach du Scheiße. Hat er geschafft. Im Urlaub. Im Urlaub. Das hätt ich ihm ehrlich gesagt nicht gemacht. Nein. Also wenn ich Urlaub hab, genau, da könnten wir direkt mal drauf schwenken, wie ist das, wenn ihr im Urlaub seid. Ähm. Da muss ich ja arbeiten. Ich genauso. Das haben wir vorhin schon geklärt, dass du deine, dass du, ähm, warte. Also wenn wir, wenn ihr Urlaub habt, nimmt er dann elektronische Geräte mit, wie Laptop und so weiter und, äh, ins Internet und alles? Ja. Was ist denn noch nie in meinem Urlaub verreist? Ich genauso will ich. Wenn ihr verreisen würdet, würdet ihr denn dann was machen? Ja. Ja, ja, ja. Ich würde meine Xbox einpacken und mein Laptop. Also ich hab immer mein Handy dabei, so zum Navigieren und so. Fertig. Ähm, ich, wenn ich ehrlich bin, wenn Urlaub ist, ist Urlaub, dann nehm ich gar keinen PC, Laptop oder sowas mit, weil dann ist es für mich, ja, erholt quasi. Ich wär irgendwie ohne Karte aufgeschmissen oder so. Ohne was? Ohne Karte wär ich aufgeschmissen. Dann würd ich mich zehnmal verlaufen. Ja. Aber so Unterhaltungselektronik würd ich da gar nicht mitnehmen, weil wenn Urlaub ist, es heißt Urlaub. Das heißt, ich bin ja in den Sommerferien ja jetzt, Sommerferien 2014 jetzt in Urlaub. Blöd ist es ja, wenn sie andere Steckdossen haben. Ja, da bin ich in den Urlaub. Ja, sowieso. Das sowieso. Ja, musst du dir so einen Scheißadapter kaufen. Musst du dir so einen Scheißadapter kaufen. Wobei mittlerweile in Europa sind die alle genormt, ne? Nee, in England sind die immer noch so komische Scheißdinger. Ich glaube, die hat noch irgendwas. Ich rede von Europa, nicht von den Inselaffen. Leider gehören die mit zu Europa. Leider. Aber ich hab's ne... Ich bin aber grad dabei, ne Petition aufzusetzen, damit die von Inselaffen von Europa ausgeschlossen werden. Am besten auf ner Menschenrechtsseite, das kommt immer gut. Ja. Am besten auf ner Menschenrechtsseite ne Petition unterschreiben lassen, damit die von Europa getrennt werden. Ja. Die Petition, dass Köln von Deutschland getrennt wird, ist leider nicht durchgekommen. Da... Gott sei Dank. Köln ist super. Köln ist kacke. Köln ist super. Ein wahres Mal. Düsseldorf ist beste und Köln ist kacke. Also er hat fest von den beiden da. Immer diese Fanboys. Alter, ich bin, ich bin gebürtiger Düsseldorfer, ich lebe in Düsseldorf, ich wohne in Düsseldorf. Und ich bin Züge. Und weil jetzt gerade bin ich in Düsseldorf. Ja, Mammut mag Züge. Ja, Mammut mag Züge. Er zuckt da was, die von Düsseldorf. Warte, wo ist der Zug? Wir brauchen, wir brauchen einen Zug. Zut, zut. Ist Tradition, sozusagen, aber... Ja. Ja, ich verstehe es trotzdem nicht, weil... Wie kann man es sich nur so begrennen? Ja, ich bin... Ich bin... Es ist genau wie Xbox versus Playstation. Ja, aber ich bin in sowas gerade reingeboren. Ich bin gebürtiger Düsseldorfer und... Ja, das ist wie you. Ich bin halt so, ich bin halt mit diesem, äh, mit diesem, da, Köln, äh, das Kackeland so geboren und ich, das heißt, meinem, ich muss halt meiner Stadt treu sein, das bin ich auch und darum, ja, genau. Und darum stehe ich mit meinem Namen für TNT. Genau. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Genau. Jetzt kriegen wir wieder Geld, Mammut. Also ihr, äh, du. Ne, Mammut und ich. Ne, Mammut hat für TNT geworben. Ja, siehst du. Kaufen sie jetzt TNT. Oder ein bisschen C4. Jeder sollte ein bisschen C4 haben. C4. Man weiß nie, wofür man es braucht. Doku Mammutslöse, Doku Mammutslöse werden. Müsstest du jetzt noch so einen Werbespot dafür machen? Mit so einer richtig schlechten, eingesungenen Stimme. C4. Ja. Ja, äh, kann ich dich engagieren? Nein. Ich kann nicht singen. Na gut, dann wird das mit dem Werbespot nix. Übrigens, Tobinator LP. Kennt den jemand von euch bestimmt? Ich habe den gehört. Ich glaube aber nicht dran. Ähm, der hat zu seinem 50.000 Abonnenten-Special gesungen. Und das war so grausam. Oh Gott. Äh, wenn wir wirklich... Vor allem, er hat gesungen, äh, My Heart Will Go On. von Celine Dion. Ja. Und noch irgendwie, ähm... Äh... Near Diamond oder wat? Ne, irgendwas anderes. Ich weiß, ist auch sehr bekannt. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Jetzt kommt es Barbara Streusand. Barbara Streusand. Halt. Ne, ich weiß es nicht mehr. Irgendetwas anderes. Was sehr bekannt ist. Auch eine Frauen... Stimme war das. Beziehungsweise eine Sängerin. Ich weiß es, Barbara Streusand. Ist ja auch nicht so wichtig. Will mir jemand helfen? Was hast du denn zu einem Problem? Mir wächst das alles über den Kopf irgendwie.